Ein gesundes Frühstück ohne Milch, Mehl und Zucker, doch mit einer Fülle an Vitalstoffen, bringt dich am Morgen in Schwung und liefert viel Energie. Wir stellen dir heute eine ausgezeichnete Alternative vor, die keine Milch- oder Milchprodukte, kein Mehl und auch keinen Zucker enthält. Entdecke in diesem Artikel, wie du ein gesundes Frühstück ohne Milch zubereiten kannst und profitiere auch du davon, um voller Energie und gut gelaunt in den Tag zu starten. Viele trinken am Morgen als erstes eine Tasse Kaffee, um munter zu werden. Damit wird zwar der Organismus schnell stimuliert, doch die Effekte halten nicht lange an. Außerdem bekommt der Körper so nicht die nötigen Nährstoffe, um einen anstrengenden Arbeitstag bewältigen zu können. Ein energiereiches, gesundes Frühstück ohne Milch, Trockenfrüchte sind reich an Protein, Ballaststoffen, Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie liefern viel Energie und wirken lange sättigend. Kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich Größer als Google Tag. CMD, CMD, Push, Function, Google Tag, Define Slot 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Abbinde Strich Größer als Google Tag. TAD 15033917432112-0 Set Targeting Red, Faults Set Targeting Section 1 Set Targeting URL Gesundes Frühstück ohne Milch, Mehl und Zucker Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Clips Empty Div True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display 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 Div VGPTAD 15033917432112-0 Kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 Binde Strich Größer als Google Tag. CMD, Push, Function, Google Tag, Define Slot, 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1 mal 1 1 1 DIVGPTAD 1513094690767-0 Set Targeting Red, Faults Set Targeting Section 1 Set Targeting URL Gesundes Frühstück ohne Milch, Mehl und Zucker Set Targeting Topic Default Set Targeting Mafil Type Get MRFP Set Clips Empty Div True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Pubatz Clips Empty Divs Google Tag Enabled Services Google Tag Display 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 DIVGPTAD 1513094690767-0 Am besten weichst du rohe Trockenfrüchte bereits am Vorabend in Wasser ein. Um von allen vorteilhaften Eigenschaften zu profitieren, ist davon jeden Tag eine Handvoll. Du hast eine große Auswahl zur Verfügung. Getrocknetes Obst Getrocknetes Obst Wie Dörpflaumen, Rosinen oder Datteln, ist reich an Zucker und Ballaststoffen. Damit kann die Darmfunktion reguliert werden und außerdem kannst du so deinen Hunger auf Süßes stillen. Entdecke auch diesen Artikel 6 Gründe, warum du am Morgen Rosinen essen solltest. Samentrockenfrüchte sind reich an Protein, Ballaststoffen, Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie liefern viel Energie und wirken lange sättigend. Getrocknetes Obst, wie Dörpflaumen, Rosinen oder Datteln, ist reich an Zucker und Ballaststoffen. Damit kann die Darmfunktion reguliert werden und außerdem kannst du so deinen Hunger auf Süßes stillen. Entdecke auch diesen Artikel 6 Gründe, warum du am Morgen Rosinen essen solltest. Samen glänzen durch eine Fülle von Vitalstoffen. Auch wenn sie nur sehr klein sind. Es handelt sich deshalb um eine ausgezeichnete Wahl für verschiedenste Frühstücksrezepte. Kokosöl ist in Mode und sehr gesund. Du kannst damit viele Rezepte zubereiten. Konsumiere es in bescheidenen Mengen. Um den Kalorienabbau und die Fettverbrennung zu fördern. Kokosöl zeichnet sich durch einen angenehmen Geschmack und eine sämige Textur aus. Du kannst andere, weniger gesunde und dickmachende Fette damit ersetzen. Das kostbare Öl hilft, kaltgestellte Speisen zu festigen und ist deshalb für verschiedene Nachspeisen sehr zu empfehlen. Lese Tipp 5 Überzeugende Gründe Warum du Chiasamen zum Teil deines Frühstücks machen solltest. Reiner Kakao schmeckt zwar leicht bitter, hat jedoch wunderbare gesundheitsfördernde Eigenschaften. Du kannst damit verschiedene Nachspeisen zubereiten. Was viel gesünder ist als Schokolade. Da diese meist viel Zucker enthält. Kakao liefert viel Energie, verbessert die Gesundheit der Muskeln und sorgt für ein angenehmes Glücksgefühl. Außerdem wirkt er stark antioxidativ und beugt äußerlichen und innerlichen Zellschäden durch freie Radikale vor. Honig ist ein natürlicher Süßmacher. Der viel Energie spendet und gleichzeitig antibiotische und remineralisierende Eigenschaften aufweist. Er macht unser heutiges Rezept auch etwas fester. So ist dieses einfacher zu verzehren. Verwende am besten biologischen Bienenhonig. Den du direkt vom Imker beziehst. Hast du diesen Artikel schon gelesen? 8 alternative Verwendungsmöglichkeiten von Honig Für die Zubereitung dieses Frühstücks für ein paar Tage benötigst du folgende Zutaten. ! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.